Ich bin Esperanza, die Mustern Maus. Ich habe heute sehr erfolgreich, sehr, 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 sehr erfolgreich Hingertraining gemacht. Das hat großen Spaß gemacht. Erst hatte ich irgendwie ziemliche Angst und dann fand ich es irgendwann einfach überhaupt gar nicht mehr schlimm. Gar nicht mehr schlimm. Das war's für mich. Bis zum nächsten Mal.